Und was machst du, Sebastian, mit mir? Äh, Schienenfahrzeug-Monteur. Schienenfahrzeug-Monteur. Klingt wie ein Dammriss, Alter. Schienenfahrzeug-Monteur. Ich baue Züge. Erlaube es mir, im Namen von ganz Deutschland auszudrücken. Du machst einen Scheiß-Job. Ich habe mich noch nie so patriotisch gefühlt. Du baust Schienenfahrzeuge? Ja. Was läuft falsch in diesem Land, Bruder? Warum? Warum? Du baust doch die Fahrzeuge? Aber wir können doch nichts dafür, wenn die dann an den Kunden übergeben werden und dann ausfallen. Was ist das für Scheiß? Wie er sich freispricht von allem. Als ich es gebaut habe, war es in Ordnung. Aber du hast sie doch gebaut. Ja, und da waren sie super. Ey, du bist so eklig. Auch Züge für die Deutsche Bahn? Natürlich. Euer Zug fällt morgen aus. Euer Zug fällt morgen aus, da hast du die Fahrt. Da, richte deine Worte an ihn. Wegen dir komme ich nicht heim. Ein 19-jähriges Mädel kommt wegen dir nicht heim. Morgen sehen wir sie in der Zeitung. Ich sehe es schon kaum. Lara, auf dem Heimweg verschwunden. Und überall hängen Bilder. Schuld ist dieser Mann. Gesicht von Sebastian. Hä? Ah okay. Jaw sup?